Vom 11. bis zum 14.06. findet der World Cup der Floristen hier in der Arena in Berlin-Treptow statt. Was gibt es hier zu sehen? Eine Menge Blumenarrangements und viele Floristen, die zum Thema Freiheit international hier in den Wettkampf und in den Wettstreit treten. Berlin wurde als Hauptstadt der Freiheit ausgewählt und nach 30 Jahren kommt der World Cup der Floristen wieder hier nach Berlin zurück. Ich würde einfach sagen, wenn Sie herkommen wollen, vielleicht am Wochenende, dann können Sie so 13, 14 Uhr vor dem Kaffee trinken, herkommen, sich anschauen, was hier alles so zu sehen ist. Man ist ungefähr in einer Stunde durch und dann hat man alles gesehen. Wenn Sie dann noch Lust haben bei der schönen Hitze oder Wärme, dann können Sie gleich hier anschließend beim Badeschiff einen Sprung ins Kühle-Nasse machen. Also der World Cup der Floristen findet vom Donnerstag, den 11.06. bis zum Sonntag, den 14.06. hier in Berlin-Treptow statt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.